Okay, ich wusste nicht, ob ich dich nochmal wiedersehen würde. Du hast mir ein Versprechen gegeben. Mich um Sora zu kümmern, ich weiß. Wo ist eigentlich die Maus? Tut mir leid, ich glaube nicht, dass ich dieses Versprechen nicht richtig eingehalten habe. Ah, da bist du. Was ist passiert? Ein paar von Soras Erinnerungen sind verschwunden. Wie kann das sein? Sie fließen durch Soras niemand in eine dritte Person. Und jetzt werden sie zu einem Teil von ihr. Können die Erinnerungen denn nicht wieder zurück? Solange sie noch voneinander getrennt sind, ja. Das glaube ich zumindest. Aber wenn sie sich mit ihren Verinnerungen verbinden, wird alles viel komplizierter. Ich müsste ihr Gedächtnis erst entwirren, bevor ich Soras wieder in Ordnung bringen könnte. Was Monate dauern sollte, könnte jetzt Jahre dauern. Das wäre fatal. Und was jetzt? Wenn ich einfach versuche, ihr Gedächtnis neu zu ordnen, riskiere ich, dass Sora aufwacht und herausfindet, dass sich niemand an ihn erinnert. Das kann ich ihm nicht antun. Bei Kinmer 2 ist es doch gerade so was passiert. Es ist so oder so zu spät. Seine Erwachen muss hinausgezögert werden. Ich hätte nie gedacht, dass Soras niemand und die andere so kämpfen werden, um eigenständig zu sein. Leider besteht die einzige wirkliche Lösung darin, dass sie beide sterben. Verdammt! Wusstest du, dass sie zunächst kein Gesicht hatten? Erst jetzt kann man niemanden erkennen. Das beweist, dass einige von Soras Erinnerungen in ihr stecken. Ein paar in Nia und ein paar in Sora und ein paar in Soras niemand. Ich komme ganz durcheinander. Ich kann jetzt, ich kann erst etwas machen, niemanden. Nachdem das Notwendige getan wurde. Also gut. Hm. Ist es nicht so, dass ich nicht existierde? Well, what do you want to do, Xiong? I want... I want to be with you two. Then come back with us. I can't. Not the way I am now. But, what would it take, for me to be like you? Okay... So is it, so... So is it also, Xiong... ...nimmt etwas von Soas, niemanden, also Roxas, seine Erinnerungen teilweise weg. Ich glaube, unbewusst. Wow, du bist wirklich hier oben. So, ich weiß es ja, aber... ...ist schon eine Weile her, hm? Und Tomela, wenn die Katzen so langsam sind, aber wenigstens funktionieren die ja. Ich muss heute für meine Mission zum Strand. Das war die... Da war dieses Mädchen, das wie Xiong aussah. Aber ich konnte nicht nah genug heran, um sicher zu gehen. Wahrscheinlich habe ich es mir nur eingebildet. Vielleicht. Um ehrlich zu sein, bin ich mir noch nicht mal sicher, ob die heutige Mission wirklich real war. Ich fühle mich, als wäre ich gerade aus einem Traum erwacht. Das klingt bestimmt verrückt, aber weißt du noch, wie wir einander versprochen haben, zum Strand zu gehen? Ich glaube, ich habe sie nur gesehen, weil ich sie sehen wollte. Kann sein. Willst du sie suchen? Was? Aber sie haben das Befehlen. Ach, Befehle. Lass uns ab morgen die Zeit nach der Arbeit nutzen, um nach Xiong zu suchen. Okay, ihr habt gemacht. Ob das ja wirklich eine gute Idee ist? Hm, Axel guckt schon so. Naja, sehen wir mal. 277. Die Suche beginnt. Neuer Eintritt im Roxas Tagebuch. Okay, erstmal mit den ganzen... Spaß, die es reden. Ach, Roxas, du musst mir helfen. Ach, wirklich. Sehr schön, wirken. Es muss sie ihre ganze Arbeit zu sich erledigen. Ich habe überhaupt keine Zeit, die ganze Herzlose in die Mission 62 zu finden. Du kennst dich aus. All die einfach zu verdächtigen Punkten und untersuche sie. Danke, Mann. Habe ich das noch nicht längst erledigt? Du musst mir helfen, Mann. Sieh dich in Mission 62. Und findet die versteckten Herzlosen für mich. Danke, dass ich alles... Oder kommt die bald, oder was? Ich suche nach der Arbeit nach hier. Ich tue das gleiche wie du. Okay, oh, Saldin. Warte mal. Und so kann ich gleiten. Wie konnte ich wieder gleiten? Okay. 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 Ja, 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 ja. Die anderen werden, also andere Abzeichen. Die müssen nur irgendwie hier sein. Konnte man nur eins hier finden. Naja, nachdem ich das gemacht habe, so das tue ich mal alles hier. Und da seid ihr ja. Und da ist ja der Hex. Freak. Spiere Feuer, du Bastard. Ich tue das mal wieder. Ja. Und da ist ja der Hex. Und da ist ja der Hex. stark okay jetzt kann ich die in ruhe vernichten so muss man wieder klarkommen mit der steuerung so macht man das hier gibt es dann von den ich hasse es wenn die rumlaufen und fans heilige scheiße ein ganzes wirr hier sind noch gelbe punkte und münchen und alles mögliche ich hab sie das nicht nein 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 ich muss alles von vorn wieder nein das ist noch wieder die gleichen komm mal hier in die nähe komm zu papa heilige scheiße ich glaube ich werde noch mal sterben ich frage mich warum kein limitbrecher bekommen habe der letzte von dem bunde den macht man kommt mit feuer ja ich weiß kann zurück das schimmer ist alles einsammeln ja dann gibt es hier nichts mehr ich muss mal gleich gucken ob ich wieder da oben woanders hingehen kann das ist da hin nein und da auch mich ich denke mir nicht gerade das schweben sehen ich will mir nur irgendwelche dinge ja was ist das denn ach so es gibt ja diese spezialherzlosen ja muss man sich abbauen wegen der bänderten attacke von diesem fast dort axel ist es schön dass ich attacke warst aber du musst auch ein bisschen treffen komm runter und was kann was ist das viertegige da fällt vor ich habe es gerade rausgeworfen ich hätte mich dafür gehaftet ich hoffe ich das irgendwie nicht schneller einstellen kann der kampf dauert lange wie schon sagt axel wenn du schon zu schießt dann bitte treffen ich habe keinen trick oder so bei denen einfach mal rollen ich werde ich das abgezogen kann es sein dass er gestorben ist wie kommen und los geht's ich mich achse gerade geheilt ich kann gestorben ich müsste sonst wäre es nicht geheilt ach du heilige scheiße die hat er ganz gut abgezogen sie kämpfe ich angegeben ich muss das gar nicht achse bitte kommen wir irgendwie mal zurück dankeschön es kommt seine bilder attacke aber es gibt dass ja leute ich habe das bisschen vorgespielt bis ich wieder zur stelle war ich davor war ich habe den trick ausgefunden wie man besiegen muss und die krugel verfolgen mich ja ich wusste es gar nicht ja du bist nicht so ein toller hecht ich weiß den trick die man machen muss um ihn zu besiegen aber jetzt muss man diese komische attacke machen der irgendwie verschwindet hier ist meine stufe rund download ja komm abzuweiter so ich schlafe mein leben bis er zu mir kommt äh klinger w Wo ist der? Hallo? Was? Ich kann mal wissen, wo er in dieser Zeit war, wo ich ihn gesucht habe. Hat er in der Wand versprochen oder was hat er gemacht? Er ist wegen an der Ecke. Okay, danke Axel, für die Heilung. Der Gegner ist echt kacke. Ich wundere mich gerade, ich habe total vergessen, dass ich es aber ein Profispiel und trotzdem komme ich hier gut voran. Das heißt, dass ich besser geworden bin, vom letzten Mal. Wenn er die Attecke gemacht hat, hat man jetzt gesehen. Dann muss man wieder zurück reingehen und dann auch ihn angreifen. Jetzt zurückholen, weil er jetzt die Blitzen macht und die paralysieren mich. Und jetzt hat man gesehen, wie man ihn besiegen muss. Ja, dann geht die Dame an Feuer und kannst du sonst irgendwo machen, Axel. Ich brauche Leute, die Treppen, nicht Leute, die irgendwie hier rumprosen. Aber ich mag dich als Charakter. Das ist was Tolles. Sei froh. Ich habe gemerkt, dass ich echt sehr wenig Heilung benutze. Eigentlich ehrlich gesagt wirklich so. Weil die meisten mich immer heilen. Okay, jetzt ist er bald tot. Okay, jetzt muss ich wieder rollen. Rollen, bis der Arzt kommt. Und Axel ist tot. Ist ja schön. Dass ich jetzt in diesem Moment sterben muss. Ach, Axel. Ich hoffe, du kommst mal bald wieder. Ach, komm. Danke, Jamal. Wo siehst du denn, mein Kerl? Ein Limitbrecher zuletzt. ich muss das gar nicht machen aber ich habe es trotzdem gemacht das ist gerade anvisiert er ist doch schon tot ach so ja geht ja suchen stimmt ja ich weiß wo sie ist aber naja die wenn das auch irgendwann auch selbst kommen vergessen das handeln vorzulesen oder ich bin echt vergesst nicht geworden tag 278 okay kein normaler oder spezieller irgendwie falsch ich vergesse jedes mal irgendwie alles auszurüsten was ich bekomme berichte das tagebuch ich will mit axel überschieren aber ich komme bekomme ihnen keine zehn sekunden zu gesicht was soll ich bloß tun nicht zu fasten dass er mir aus dem weg geht wir sind doch freunde ich kann mich nicht an viel von der heutigen mission erinnern außer dass sie am strand war quasi doch oder die mission kam mir so unwirklich war axel und ich haben uns entschlossen morgen nach hier uns zu suchen okay ich glaube ich muss mal langsam anfangen meine ganzen taten hier einzusetzen weil sie davor recht machen können okay ich habe jetzt viel platz hier schade dass man diese teile nicht drehen kann block konnte ja ist was du gutes das kann ich damit finden was so kann ich besser gleiten okay aber ich brauche schließlich das ist kacke von der schlüssel schwerte und neue sachen wir machen ja kann magie dinger ja rein richtig schon habe kann ich doch gleich einsetzen vier wir das nicht dritte das würde ich hier perfekt einpassen ich noch eine von denen da perfekt geht doch wie gerade wenn ich dich schon habe werde ich dir mal einsetzen nix folge nieder kann ich auch gebrochen ach komm geht habe ich sowieso genügend warte wie kann ich rausnehmen aus der anderen da wo habe ich den biker eingestellt ach so hier ist das was ist das ok vitra hier hin und vita hier hin und blitz mal kurz hier blitz hat auch schon einigermaßen geholfen deswegen werde ich das jetzt einfügen zusatztasche 4 ja ok das reicht dann 35 billig speichern immer ab die nächste mission kurz anfangen kurz meinen mogi laden schauen was da ist und dann wenn ich auch den part wieder mal sagen dass meine wahren ist klar kaufen was hast du denn neues irgendwie nächstes schmieden kannst du was jetzt für mich die mit aufladung steige die schuldigen die durch schon 1 das manchmal gleich fliege ich mal gleich zu sagen da hin endlich neue schlüsselschwert aber es ist schon eine ganz neue dazugekommen komponente zornmodus die da war für möglich längere boden und luft kombus gefahren ok aber du heilige scheiße egal schon erstmal das hier mal ein neues schlüsselschwert muss noch mal langsam zeit ok wo ist das schlüsselschwert was ich jetzt gerade an habe ja wo ist das eigentlich was macht das alle wo ist das schlüsselschwert was ich gerade an habe hier ist das limit auf ladung steigert die schwelle um eins kann man mal gebrochen und dann jetzt das neue schlüsselschwert einfügen mal krisen not du scheiße ok dann muss ich das hier einfügen fähigkeiten kann ich eigentlich alles rein machen was da ist die magie und abwehr kann das mache ich hier rein ok wie sie das schlüsselschwert ok ich hätte irgendwas spektakuläres erwartet aber naja man bekommt ja nicht alles und ja damit beende ich auch den heutigen part und wir sehen uns im nächsten tag gut